Hi, ich bin Raphael und in diesem Video geht es um die besten KI-Sprachgeneratoren und dabei geht es um das Thema Text-to-Speech und hier hat sich seit den ersten Sprachgeneratoren mit der künstlichen Intelligenz sehr viel getan. Früher waren ja Sprachgeneratoren eher so ein Spielzeug, was ziemlich unsexy Content erzeugt hat. Mittlerweile kannst du jedoch mit diesen KI-Sprachgeneratoren richtig gute Ergebnisse erzielen und so zum Beispiel einen Faceless-YouTube-Kanal, also einen YouTube-Kanal ohne Gesicht oder sonstige Sachen automatisiert erzeugen. Die Top Ten Attraktionen in Dubai. Ein Kurztrip. Entdecken Sie die funkelnde Wüstenstadt Dubai mit ihren beeindruckenden Hochhäusern und luxuriösen Resorts. Bei den Sprachgeneratoren ist es natürlich so eine Sache. Wir leben ja hier in Deutschland, deshalb gehe ich jetzt davon aus, dass du in Deutsch Sprachen generieren willst und da gibt es große Unterschiede bei den einzelnen Anbietern. Im Englischen ist das eine ganz andere Sache und für die habe ich jetzt auch nicht diesen Test sozusagen gemacht, sondern ich habe das Ganze immer in Deutsch getestet. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die KI-Sprachgeneratoren an. Ich habe fünf Stück, davon ist einer wirklich mit Abstand der beste. Aber bevor wir zu dem kommen, zeige ich dir erstmal die anderen KI-Sprachgeneratoren. Der erste Sprachgenerator, um den es heute geht, ist LOVO-EI. Hier kann man erstmal kostenlos starten. Die Vorteile sind, es hat eine umfangreiche Bibliothek. Wir haben es jetzt gerade gesehen, im Deutschen ist es jetzt so, hm, so lala. Da gibt es mehrere Stimmen bei anderen Anbietern. Aber hier ist es natürlich, du hast 150 Sprachen. Das heißt, wenn du international arbeitest, ist LOVO-EI sicherlich eine Überlegung wert. Du kannst die Videos synchron zum Sprecherspur bearbeiten. Das ist alles sehr übersichtlich. Funktioniert alles im Webinterface. Theoretisch könnten wir jetzt noch reingehen und Betonungen und so weiter ändern. Natürlich möchte ich das ein bisschen automatisiert haben. Das heißt, ich werde jetzt nicht in die Videos einzeln hineingehen und da noch einzelne Wörter von Spelling, also von der Tonation, bearbeiten. Die Qualität der deutschen Stimmen ist gut, aber nicht sehr gut. Die Preise sind überschaubar. Hier sind wir zum Beispiel dabei mit Dollar im Monat für den Pro-Tarif. Da kann ich fünf Stunden Stimmen generieren. Da komme ich schon einiges weit. Dabei ist übrigens auch das Voice Cloning. LOVO-EI ist an sich ein anfester Anbieter, aber es gibt bessere. Deshalb gehen wir gleich zum nächsten Anbieter, den ich dir jetzt zeigen werde. Der nächste Anbieter ist MERV-AI. Auch ein sehr gutes Tool. Bietet auch Video-Optionen und du kannst Stock-Footage nutzen, um deinen Sprechertext zu unterlegen. Der Nachteil bei MERV-AI, Interface und so weiter, ist relativ gut. Also man soll erst einmal die positiven Dinge sagen. Relativ gutes Interface. Das mit den Stock-Fotos, die bedienen sich bei Pexels. Und Pexels hat ziemlich viele Stock-Footage-Videos. Geht alles ziemlich fix und ist eigentlich auch wie der Vorgänger gerade LOVO-AI. Relativ gut. Was nicht so gut ist bei diesem Anbieter, sind die Stimmauswahl für die deutsche Sprache. Also hier gibt es irgendwie gefühlt drei normale Stimmen und drei Premium-Stimmen. Die Stimmen an sich sind gut. Wenn du viele Projekte hast und auch viele Stimmen brauchst in deutschen, dann vielleicht doch lieber einen anderen Anbieter. Die Stimmen sind übersichtlich. Die Video-Bearbeitungsfunktion hier, dadurch, dass Pexels eingebunden wurde als Datenbank, Videodatenbank, Stock-Datenbank, ist das relativ groß. Ich persönlich finde Pexels am besten. Also Pixabay, da ist auch sehr viel Schrott dabei. Das war Murph-AI. Wir gehen jetzt wieder zum nächsten. Es kommt noch besser. Es kommt einfach noch besser. Deshalb dranbleiben. Der nächste Anbieter ist PlayHT oder HT. Hier gibt es leider kein Video. Dafür hat er ziemlich gute deutsche Stimmen. Im Englischen kannst du auch Videos machen. Es gibt nämlich zwei Interfaces bei diesem Anbieter. Zum einen halt diese Video-Hyper-coole-Sache-Studio. Was aber im Deutschen nicht verfügbar ist. Das gibt es halt nur im Englischen. Und im Deutschen musst du dich mit diesem alten Interface begnügen. Und da gibt es auch nicht diese Video-Funktion. Ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, weil die Sprecher relativ gut sind und weil es auch einige gibt. Nicht ganz so viele wie bei unserem Test-Sieger, aber trotzdem Einblick wert. PlayHT ist ein ziemlich guter Anbieter. Wie gesagt, wenn du die Video-Funktion brauchst, dann kriegst du die hier leider nicht. Und es ist aber ganz gut, mit diesen vielen Stimmen zu spielen, wenn man da wirklich viel generiert. Dann ist das sicherlich ein richtig interessanter Anbieter. Aber nicht ganz so interessant wie unser nächster Anbieter, der Test-Sieger. Jetzt aber noch zum Test-Sieger kommen, möchte ich dir nochmal einen Anbieter zeigen, der vielleicht jetzt nicht für Content-Creators besonders interessant ist, aber vielleicht für Leute, die quasi ihre E-Books sich vorlesen lassen wollen. Also für richtig viel Text, wo es nicht so um die Qualität geht, sondern einfach darum, schnell viel Text zu erzeugen. Dieser Anbieter ist Speechify. Den sieht man hier. Das Besondere ist nämlich, hier kannst du von der Dropbox was einfügen, von Dokumenten und so weiter. An sich ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Speechify ein großes Plus. Das bedeutet, bei Merv oder Lobo AI hatte ich ja vorhin extrem krasse Renderzeiten, wo er an einem Satz schon irgendwie eine Minute gerendert hat. Das ist hier halt nicht so. Das geht alles relativ fix. Die Videos kann ich relativ fix hintereinander hinzufügen. Da muss ich auch nichts schneiden und so weiter. Und ja, das ist hier der große Vorteil. Die Stimmen an sich sind so ein normaler Standard. Ist ganz gut. Und ich würde dieses Tool hier empfehlen für Leute, die wirklich viele Videos, wo es nicht so auf die Quali ankommt, sondern einfach nur rausballern wollen. Beziehungsweise wenn du halt ein E-Book hast, was du dir vorlesen lassen willst oder Artikel aus dem Internet, die du dir vorlesen lassen willst. Dafür ist Speechify relativ gut. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Testsieger. Und der Testsieger ist Flicky AI. Dieses Tool ist wirklich mit Abstand, finde ich, das Beste. Ich habe jetzt schon ziemlich viel mit KI-Sprachgeneratoren gemacht. Und Flicky AI bietet halt einfach ein cooles Interface. Es bietet viele Stimmen. Die gibt es allerdings mittlerweile nur im höchsten Plan komplett. Es sind Dutzende Stimmen in Deutsch, die von der Qualität her zu 70% sehr gut sind. Und mit Flicky AI, also das Interface ist auch ziemlich cool. Du hast die Möglichkeit, automatisiert KI-Bilder direkt für dein Video zu erzeugen. Also du brauchst gar nicht irgendwie, du gibst deinen Text rein, klickst auf KI-Bilder dazu erzeugen und zack hast du das Video. Also der macht wirklich richtig schnell Content. Und wie gesagt, die Qualität stimmt auch. Der höchste Plan ist, glaube ich, irgendwie 66 Dollar im Jahr, äh im Monat. Das ist nicht wenig, aber ich sage mal so, wenn man so einen Faceless YouTube-Kanal beispielsweise erstellen will, tja, da muss man auch ein bisschen investieren. Dafür kriegst du hier bei Flicky wirklich sehr viel für dein Geld. Ich zeige es dir jetzt einfach mal und ich gehe jetzt ins Backend. Und hier sehe ich mir schon, hier habe ich schon ordentlich rumgemehrt. Das Backend, meine Projekte und ich klicke jetzt mal hier auf New File, indem ich halt, ja, ein neues Projekt erstelle. Die Sprache wähle ich aus, ist German, Dialekt ist auch German. Hier kann ich einen Namen für das Projekt vergeben. Und hier habe ich die Möglichkeit, quasi YouTube-Shorts, Instagram oder halt direkt Oldschool-mäßig YouTube-Videos zu erzeugen. Und hier ist die Magie. Und zwar, ich kann mit einem Empty-File starten, so wie wir das gerade bei den anderen auch gesehen haben. Das heißt, ich baue meinen Text dort rein und wähle einen Sprecher aus. Oder ich erstelle mir einfach was aus einer Idee. Also ich nutze die KI und sage zum Beispiel sowas wie, erstelle mir ein Video zu den Top 10 Sehenswürdigkeiten in Dubai. Und der erstellt mir ein Top 10 Video zu den Sehenswürdigkeiten in Dubai. Also ziemlich krass. Das gleiche für den Blog. Der benutzt hier auch Stock-Videos. Wir haben auch noch die Möglichkeit hier aus PowerPoint und Tweets was zu erstellen. Ich würde sagen, Flicky ist der beste KI-Sprachgenerator. Er bietet hier wirklich eine komfortable Bearbeitung. Er bietet halt dieses, ich klicke einmal an und er macht mir halt ein Video. Ich kann das alles bearbeiten. Und deshalb würde ich sagen, Flicky ist der beste KI-Sprachgenerator. Wenn ihr euch bei Flicky anmeldet, macht es bitte über meinen Link. Das kostet euch nichts extra. Und ich kriege eine kleine Mark dafür, wenn ihr euch anmeldet. Ansonsten war es das gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ihr könnt wieder überall draufklicken. Subscribe, die Glocke und so weiter und so fort. Oder ihr klickt halt einfach gar nichts an. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.